Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo für andere YouTuber. Heute geht es um Streamlabs OBS Version 0.90 und zwar gibt es da einen bekannten Fehler, der vom Slops Client rausgespuckt wird und zwar fail to connect to the Streaming Server. Diesen werden wir heute zusammen mal beheben und zwar geht es um einen Punkt, den man nicht machen darf, man darf nicht die lossless Qualität einstellen. So, wenn wir das Ganze jetzt natürlich umstellen, wird es immer noch nicht funktionieren, leider nicht. Da muss einiges vorher getan werden, als allererstes schließen wir den ganzen Scheiß und dann müssen wir das Ganze deinstallieren. So, ich habe das Ganze jetzt deinstalliert, wie ihr seht, allerdings ist es damit noch nicht getan und zwar geben wir in die Suchleiste %AppData% ein, somit landen wir hier im Roaming Ordner und hier befinden sich zwei Ordner, die auch gelöscht werden müssen, weil da natürlich die Sicherungsdateien drin sind vom Streamlabs OBS und da sind halt auch die Einstellungen drin, darum müssen die weg. Zack und schon ist das Problem quasi behoben, jetzt installieren wir das Ganze noch mal von vorne. So, und dann nach der Installation könnt ihr es ganz normal ausführen und ganz normal installieren, wie ihr es vorher auch schon gemacht habt. So, ich habe mein Setup jetzt erledigt und jetzt, wenn ihr jetzt in die Settings geht, könnt ihr hier halt alles mögliche einstellen, außer die lossless Qualität und dann funktioniert es auch einwandfrei, aber sobald ihr wieder auf lossless geht, wird es nicht funktionieren. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich konnte euch bei dem Problem helfen und ihr könnt jetzt fröhlich mit Streamlabs OBS aufnehmen. Wir sehen uns dann bei meinen Let's Plays einfach. Tutorials sind nichts für mich, habe ich gemerkt nach der 10. Aufnahme. Haut rein. Ciao.